Musik Nehmen Sie die Kursbücher und Seitennummer 41, Seitennummer 41, Kursbuch, ja, Kursbuch, Seitennummer 41, ja, Seitennummer 41, ja, wie heißen Sie? Ich heiße Ashwin. Ashwin. Ashwin, lesen Sie über Christoph Waltz. Christoph Waltz ist aus Österreich und in Hollywood popular. Er hat auch schon einen Oscar. Er ist Theater und Film Schauspieler und lebt in Berlin und London. Okay. So, wie heißt die Person? Wie heißt die Person auf dem Bild? Wie heißt er? Er heißt Christoph Waltz. Er heißt Christoph Waltz, ja. Woher kommt er? Österreich. Österreich, ja, Österreich. Und wo arbeitet er? Wo arbeitet Christoph Waltz? Theater. Ja. In Theater und in welcher Stadt, in welcher Stadt arbeitet er? Hollywood. In Hollywood. In Hollywood. In Hollywood. Was ist er von Beruf? Film? Schauspieler. Schauspieler. Was bedeutet spielen? Player. Player. Schauspieler. Ja. Film Schauspieler? Schau. Schau. Schau is? Show. So, Schauspieler? What do we call them? Schauspieler. Schauspieler. Player, na. He is a player. Actor. Schauspieler, ja. So, Christoph Waltz ist Schauspieler, ja. Film Schauspieler. So, wer ist Aishwarierei? Film Schauspieler. 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 Schauspielerin. 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 Der Schauspieler. Christoph Waltz ist Schauspieler, Aishwarierei ist Schauspielerin, ja. Film Schauspieler oder einfach Schauspieler, kann man auch sagen, ja. Schauspieler, Schauspielerin, ja. Leben. Was bedeutet Leben? To live. To live. Wo lebt Christoph Waltz? In Berlin. In Berlin und in London. Berlin und London, ja. Okay. Er ist populär, ne. Er ist populär. Wer möchte lesen über Markus H. Rosen? Wollen Sie lesen? Bitte. Lesen Sie. Markus. Markus H. Rosenmüller. Markus. Ja. H. Rosen. Kommt aus Wehr und Macht Wehrisch, Film, Führ, Kino und Pernsehen. Ja. Popular ist er able aber in Gans Deutschland. Sein, Film, Sinn, Meetsen, Rüstig. Sehr gut, ja. Wie heißt diese Person? Er heißt Markus H. Rosenmüller. Markus H. Rosenmüller. Markus H. Rosenmüller. Woher kommt er? Aus Bayern. Bayern. Aus Bayern. Und was macht er? Er macht Filme für Kino. Bayerische Filme für Kino. Bayern. Haben Sie Bayern gehört? Wo ist Bayern? Bundesland. Ja. Ist ein Bundesland. Ja. Wo ist Bayern? In welchem Land? Deutschland. Deutschland. Wo ist Bayern? Im Süden von Deutschland, ne. Ja. 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 What do you know about Bayern? München. 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 München ist die Hauptstadt von Bayern, na. München ist die Hauptstadt von Bayern, Bayern, das ist das Bundesland. Bundesland, what is a Bundesland? State. State, na. Und München ist die Hauptstadt. Bayern München, na. Bayern München, na. Football team, na. Football team, na. Football team, na. Bayern München. Fans sehen. Was ist Fans sehen? Er macht Filme für Kino und Fans sehen. Kino? Cinema. Das Kino. Ja. Und Fans sehen. So, was bedeutet Fans sehen? TV. TV, of course. Fans sehen, na. Was ist sehen? To see. To see. Fan is what is far away. Ja. Dur darschen, na. Fans sehen. Ja. Kino und Fans sehen. Popular ist aber. Aber. But. In ganz Deutschland. Ganz Deutschland. Entire. Seine Film. Das Fans sehen. Das Fans sehen. Das Kino. Seine Film. Seine Film. Seine Film. What is Seine? His. His. Yeah. So, remember that. Seine is his, you know. So, what is ish? Ish. 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 Und what is? Mine. Ish. Und? Mine. Possessive, na. Ish. Personal pronomen. Und possessivist? Mine. What is this? You? Do. Do. What is it? We heißt just possessive? Denite. Yeah. Endings we can, it depends. Yeah. We will see about the endings later. Do. Dine. Formal form. What is the formal you? Ze. Ze. How are you asking? How is your name? How is your address formally? Enen. 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 Es geht mir gut. It is not mein. Mein Buch. Yeah. Mein Buch. Mein Stift. Dein Name. Mein Name. So, what are we saying formally? How is your name? Yeah. Ihr. Ihr. Sehr gut. Wie ist Ihr Telefonnummer bitte? Yeah. Wie ist Ihr Adresse? Wie ist Ihr Name? Yeah. And whenever we are talking about the formal thing, it is always capital letter. Yeah. Sie. So, Ihr. Ihr Name. Ihr Buch. Yeah. Okay. So, and what is he? Ea. 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 So, possessive? Sein. 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 Ending depends on what comes after no? Yeah. Mein Buch. Mein Name. Mein Adresse. Mein Telefonnummer. Whatever the noun is following the possessive article that changes the ending. So, sein Name. Sein Adresse. Ihr Name. Ihr Adresse. Isn't it? Yeah. Dain Name. Dain Adresse. Okay. Okay. So, Zein Film. Film. Singular or plural? Plural. 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 Is't. Yeah. Di. Film. Yeah. Di. Yeah. Yeah. Adresse. Das ist singular. Und hier. Singular und feminin. Das ist plural. Yeah. Singular und feminin. D. D. Yeah. A. Endung. So, then schreiben we here. Meine Film. Yeah. Meine Adresse. It is easy to remember what ending to write. If it is feminine, oder plural. Yeah. Da haben wir die und die als Artikel. Yeah. So, then meine, deine. If it is your films, what would you say? Deine Film. Deine. Deine Film. Yeah. Your address? Deine Adresse. Deine Adresse. If you are saying formally, what would you say? Deine Adresse. Deine Adresse. Deine Adresse. Ending remains the same because we are not changing the noun, isn't it? Noun is always film. So, it does not matter whether it is meine, deine, hiera or zeine. Yeah. Understood? Yeah. If it is his films? Seine Filmer. Seine Filmer. Seine Filmer. His address? Seine Adresse. Seine Adresse. Seine Adresse. Yeah. Dann haben wir Deine Name zum Beispiel. Das ist Deine Name. If it is one name, how would you write one name? Deine. Unbestimter article, indefinite article, what is it for Deine? Ein. Ein. Ein Name. Ein. Ein Out. Eine. Ein Auto. Here haben wir keine a endings, keine a endings. Here, there is no ending, isn't it? Like D and D, sie haben a endings, here haben wir keine Endung. deya ein das ein. So, if it is my name what are we saying? Ein nama, mein nama. Your name? Dein nama, yeah. His name? His name is zain nama, yeah. His name is zain nama. If it is one car ein auto. My car? Mine auto. Mine auto. If it is your car? Dein auto. Dein auto. His car? Zain auto. Simple. You know deya is ein, das is zain. Ein auto deya nama, ein nama, mein nama, dein nama, zain nama, ier nama. When it is ier no ending, yeah. ier nama, ier auto, ier auto, yeah. If it is your cars, what would we say? Zeo good. ier autos. Your names, all of your. Singular and plural. Ze, ze. One person, ze. All of you together formal, ze. ier, 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 ier all, yeah. So, all your names, yeah. So, it is very simple to know the endings of the, yeah. Possessive articles, because it just follows the definite and indefinite article thing, yeah. So, his name, what is his name? Zain nama. Zain nama, yeah. So, his car? Zain auto. Zain auto, yeah. Your car? Dain auto. Dain auto. Dain auto, yeah. So, clear? Okay. So, here what do we have? Zain film, no? Zain film. 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 Film, singular or plural? Plural. Plural. Dea film, singular, yeah. Dea film, singular, D film, plural. Dea film, D film. So, Zain film. If it is just one movie, what would you say? It is? It is. Aine film. Aine film. Aine film, because it is Dea film, yeah. Dea film. So, singular. Dea film, singular. Dea film, Aine film. So, his movie, singular, whose act man does? Zein film. His movie, his. Zein film. Zein film. Zein film. Plural? Zein film. Dea film, yeah. So, his movies. So, his movies is? Zein film. Zein film. Yeah. Lustish. 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 Funny, is there what? You understood it from the picture. Lustish. Funny, witty. Meistens. Meistens. Meistens, yeah. Meistens is mostly, Meistens, mostly. Wie heißt diese Person? Anke Engelke. Anke Engelke, yeah. Ja, sie hat vieler talent. So, was kann sie? Was macht sie? Sie? Singt. Singt. Singen, yeah. Singen. Was bedeutet singen? Singen. Singen. To singen, yeah. Regelmäßiges Verb, yeah. So, if it is a regelmäßiges Verb, wie konjugieren wir? Ich. Ich singe. Ich singe, du singst, yeah. Er singt, yeah. Er singt, und was ist sie von Beruf? Schauspielerin. Schauspielerin. Und auch Komikerin, ne? Komikerin. Was spricht, ja? Was kann sie sprechen? Was spricht sie? Welche Sprache spricht sie? Deutsch. Deutsch, ne? Nein, sie, ja Deutsch, sie spricht natürlich Deutsch, ja und sie spricht Marga Simpson auf Deutsch, ne? Simpson, kennen Sie Simpson? Ja, ja, ja. Simpsons kennen Sie, haben Sie gesehen? Have you seen Simpsons on TV? So, what is she doing there? She is the voice of Marga Simpson of Deutsch, yeah, the dubbed version, ok. Und sie ist verheiratet, was bedeutet sie ist verheiratet? Married. Married. She is? Married. Married. Married, you know. In the formula Rausvillen erstellick seon we filled it, no? Married verheiratet? What are the other things? Ferheiratet. Verheiratet. What is formal word for single? Ladies, sehr gut. Ferheiratet, Leidisch gescheiden in the family status und sie hat drei kinder, drei kinder, three children. So, take two minutes read any of the persons you find interesting and tell all of us about that person z heist yeah these a person heist what is comikerin comedian if it is a man what would you say? comiker. comiker Trevor nova comiker yeah each of you read any one person and you have to say z heist anka engelka z heist the schauspielerin von beruf information about the person yeah you want to say v heist and see yeah v harish yeah harin 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 yeah ok have you read about a person yeah tell me tell us v heist the person oh not the same person somebody else read one text and tell us yeah v heist in see shashank yeah welshe person where federer federer ok ok yeah bitte you tell about him yeah zumbay spiel yeah can you tell about shashank er heist er heist shashank er heist student von beruf yeah er heist student von beruf yeah er studiert amayeti woher komti shashank yeah ask him woher kommen zi shashank? er heist student von beruf ja heist student von beruf ja heist student von beruf ja heist er verdad do you not have a negative issue heist student von beruf er should be in direct we are beginning we begginin via er heist yeah you tell your own information about him so how would you start dhe is our person hist we heist er . Sehr gut. Was ist er von Beruf? Sehr gut. Wo wohnt er? Ja. Mit seiner Frau und seinen Kinder. Sehr gut. Mit seiner Frau. Frau? Wife. Ja. Frau hat zwei Bedäutungen. Can be a woman or a wife. Here in this context it is wife. Seinen Kinder. Seine Frau, seinen Kinder was is this? His wife and his children. Ja. Sehr gut. Wo er mir steht über eine andere Person? Anyone would like to? Ja. Welche Person? Christoph Waltz. Christoph Waltz? Okay. Christoph Waltz. Ja. Er ist Firma Schauspieler von Beruf. Ja. Er hat einen Oskar. Ja. Er will left in Berlin und London. So, now we know if we are talking about a man we are saying er left, er kommt aus, er ist. Ja. If you are talking about a woman then you say sie heißt sie kommt aus. Ja. So, you can read about the other persons. Ja. At home you have in this book. Ja. And try to write about them in your own words. Ja. Over the weekend you write how you would introduce him. Ja. Ja. How you would give information about a third person. Ja. You have the details here. Ja. Or you can choose 2 famous persons you like and write about them, 4 or 5 sentences Erspielt Fussball, Erspielt in Bayern München or something, whatever information you can give with the simple sentences we have learnt . But it could be Erspielt out by it is for the . Fior, Fior, Fior no, Fior no, yeah, Fior no, ok. So, you can try, you know how to frame the sentences you can see these texts, but write about anyone, yeah, at least swipe as on it, yeah, that write it as a homework. It is, it would be better if you write directly on the Google talk. So, we can see, ok. Swipe as on it, that is the House of Gaba. What is House of Gaba? Homework, no, D House of Gaba. Whatever ends with A, yeah, 90%, 90%, you can guess it is feminine, 90%, nicht 100%, aber 90%, yeah. Yeah, Lalitha, lesen Sie, ich komme. Können Sie es sehen? Das ist zu klein. All of you together, otherwise you want to read. Ich komme aus. Ich komme aus. Ja. Ja. Mein Freund heißt Paul, er trinkt gerne Wein. Ich komme aus. Ja. Ja. Und Sie, was machen Sie? Und Sie, wie heißen Sie? Und Sie, woher kommen Sie? Ja. So, Bonn, was, was ist Bonn? Bonn? Eine Stadt, eine Stadt in Deutschland. Bonn liegt am Rhein. 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 Rhein? Fluss. Rhein ist ein Fluss in Deutschland, na. Fluss, was brought it Fluss? River. River, der Fluss. Bonn liegt am Rhein. It is on the banks of Rhein. Mein Freund heißt Paul, er trinkt gerne Wein. Und wir trinken viel Schnapps. Schnapps ist ein Alkoholisches Getränk. Ja. It is an Alkoholisches Getränk. Ja. It is an Alkoholisches Drink. Kaffee, here the spelling is wrong. Ja, you check it. Kaffee und Bier. Wir sind typisch Deutsch. Typisch Deutsch. Typisch Deutsch. Typisch. 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 German. Na. Und Sie, was machen Sie? Wie heißen Sie? Woher kommen Sie? Ja. Und Bern, was ist Bern? Ein Stadt, India, Schweiz. Schweiz? Switzerland. Switzerland. Ja. Ein kleines Land. Kleines Land? Small. Small country with a big attraction. Rites, na. Wir leben den Käse. Käse? Cheese. 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 What is Switzerland famous for? One of the things. Käse. Dea Käse. Dea Käse. Ja. Artikel is Dea Käse. Cheese. Wir leben den Käse. Dea Berg. Dea Berg. So, Dea Berg. What else you, when you think of Switzerland what does come what comes to your mind? The Alps. Alps. So, sind Berg. Singularist Berg. So, what is the meaning of Berg? Mountains. Mountains. Yeah. Bollywood has made us, isn't it? You can just think of Berg. So, Dea Berg singular. Dea Berg plural. Berg. Dea Berg. Yeah. Dea Ze would be the sea. But Dea Ze is the lake. Yeah. And Im Zoma Dezoma. Sama. Sama.